Er hat eine sehr weitreichende Bedeutung. Es ist eine Verschmelzung von zwei im Equity-Options-Segment hoch erfolgreichen Börsen. Und wie gerade ausgeführt ist die ISI in den USA der unbestrittene Marktführer, die Eurex, bekanntermaßen der Innovationsführer in Europa. Und die beiden Börsen, die hier zusammenkommen, haben eine sehr weitreichend übereinstimmende Business-Culture, was im Übrigen auch die Herbeiführung dieser Transaktion deutlich begünstigt hat. Ich glaube, wir sollten uns wirklich nur auf das konzentrieren, was wir hier mit der heute vorgestellten Transaktion geschaffen haben. Eine Verschmelzung der größten Anbieter von börslich gehandelten Equity-Derivativkontrakten und damit eine sehr weitreichende Abdeckung der europäischen als auch der amerikanischen Zeitzone. Anbieter von den Präsidenten, der Präsidenten und der Co-Founder von der International Securities Exchange. Anbieter von der Europäischen Union in our joint member base. Anbieter von der Kombination hat strong cross-setting opportunities. We will also move toward a program of retention for our staff, and that's just part of our overall thinking about making sure that the team stays together. These three product categories account for 67% of the global trading volume. Wir haben hier die Vielen Dank.